Durch die Bank hält die Polizei tausend Verkehrs-Axzidente mit Köperschwert pro Jahr ab. Und da kann ich sagen, dass Ron bei einem engen Fünftel Alkohol mit dem Spiel lässt. Es ist schon viel Leid. Die Menge, sie gehen nach Römer gut führen, auch weil sie zu viel getrunken können. Bei diesen Kontrollen fehlen auch die Leidmaterialien. Und in den IWA 1,2 Promille hat der Führerschein auf den Platz aufgeholt und darf dann natürlich dementsprechend nicht mehr weiterfahren. Wir sind in einem Bereich von einem Delikt, wo recht theoretisch Prisonsstrophen möglich sind. Die Leid sollen da auch ganz gut anpassen, weil wenn sie falsche Deklarationen machen, ich meine, da sind wir nicht weit weg von der Frau, da lassen sie raus. Und da, wie ich gesagt habe, dass ihnen nun fängt voll zu gehen, da soll ihnen von sich, da soll ihnen aufhellen, um ein Auto zu fahren. Die trillen aus der Diskorese oder aus der Lokalen an der Gede Thema. IWA 1 ARD Text im Auftrag von Funk Toil im Auftrag von Funk Vielen Dank.